Zurück bei Österreich auf Reisen. Wir sind da jetzt im Old Trafford Stadium. Enthusiasmus! United! United! Machen wir einen kurzen Rundschwenk? Hammeer! Hammeer! Old Trafford! Old Trafford! Einfach genial, riesengroß. Wir werden uns sicher noch mal melden. Wir gehen uns sicher noch weiter runter. Da sind die Supporters der Heimannschaft, da ist die Auswärtsmannschaft. Da wird ja so in zwei Jahren auch die Vertreter von SK Rapid Wien sitzen natürlich, Champions League. Ja, gut. Dann gehen wir kurz weiter und melden uns später wieder. 3, 2, 1, Posse!